Hallo und Herzlich Willkommen zum ersten Tutorial von MyWindows. Heute werden wir ein HalloWelt-Programm in Visual und Basics schreiben. Das wird eine Formsanwendung sein. So, dann werden wir da unten den Namen hinzufügen. Also das ist Text, sondern der Name. Ich schreibe jetzt mal rein Hallo Welt. Ja. Gut, jetzt ist es da oben auch übernommen worden. Ich gehe noch mal hin. Hallo Welt sind da oben, wo das auch übernommen wird. Dann nehmen wir einen Button. Das ist eine Schallfläche. Klicken wir da auf und gehen dann wieder unten. Ich schreibe den Text rein. So, ups. Oh Mann, scheiß zu mir. Also, dann ist das wieder der Text. Jetzt schreibe ich mal rein Hallo Welt. Äh, nicht Hallo Weltre. Welt. So, dann, äh, wie gesagt, ist es euch überlassen. Dann könnt ihr nach einem Doppelschiff darauf bekommen jetzt diese Proteine dazu. Dann schreiben wir rein MSGbox, äh, Klammer auf, Anführungszeichen, euer Text, in diesem Fall Hallo Welt. Anführungszeichen, dann wieder Klammer zu. Also bei Hallo Welt könnt ihr euren Text reinschreiben. Plus MSGbox ist sozusagen die Funktion und die Klammern und Anführungszeichen gehören dazu. Da werden wir später noch etwas dazu machen. Dann kommt der Text bei Hallo Welt dann rein. Aber ich würde jetzt eben am Anfang Hallo Welt nehmen. Genau. Dann, ähm, debuggen wir das. Das heißt, wir starten es. Ähm, klicken auf den grünen Pfeil. Ja, jetzt wird das gestartet. So, ähm, jetzt haben wir diesen Button. Klicken wir jetzt mal, äh, drauf. Das ist das Wichtigste. Den haben wir jetzt gerade programmiert. Und was kriegen wir? Ein Hallo Welt. Wo der Text Hallo Welt ist. Den haben wir gerade festgelegt. Ja. Ja, das war's eigentlich auch schon. Und bitte abonnieren. Das war ein Tutorial von MyWindow.